Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town Mit dabei ist der Chromax, der Paralaser, der Shadow, der... Ähm... Warte mal kurz... Beste Akkulratzer... Ähm, die Schnitzenwurst und der Schiki Paralaser, guck mal kurz Ich bin hier irgendwie im Untergrund gerade Das ist ein Traitor-Tester Komm hier gar nicht mehr raus Ich rede dich mal um So bin ich Traitor Ja, versuch nur von sich abzulenken Du musst auf TestMe gucken Auf die Wand rechts von dir Dann komm ich hier nicht mehr raus Okay, du bist Indosent Kann man irgendwie höher spielen mit irgendeiner Person? So, also ich bleib bei der Schnitzenwurst Weil wir sind beide Indosents, ja? Ich bleib bei Schiki Schiki hat eine Granade geschnitten Hallo, kann man hier irgendwie... Ja meine lieben Zuschauer, wir haben die Map Lego So, falls man's erkennt Wenn man doppelt leertast oder sowas Ey Leute, gell, hier diese Tankstelle hier von Lego Die hatte ich früher mal... Ich hatte das... Ich hatte das damals im Spiel Lego Insel 1 und 2 Guck mal was für ein... Drecksspieler Das waren noch Zeiten Du fliehst auf die Tankstelle, die fliegt nicht in die Luft Kommen wir nicht mehr raus Wer steht da oben? Der Gummipimmel Ich komm hier aber nicht mehr raus Ich nicht hoch springen kann ich mehr Spring! Spring! Ja, es geht nicht! Spring! Spring! Ich wäre dafür, dass ihr alle mal in den Tester geht Das ist der Hammer! Wenn ihr euch beweisen wollt, dann geht ihr in den Test Nee, ich bin durchgerannt Ich bin durchgerannt Nee, 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 nee Auf testen, E drücken Testen ist keine Pflicht Hey? Auf testen gucken und E drücken Ihr könnt mich gerne umnieten Ich bin Eno Ey Leute, wenn ihr euch alle testet, ist das noch langweilig für die Traitor Guck, wie langweilig ist Jetzt haben sich alle getestet und editet den oben Wie würde ist das denn? Wer war's denn? Vicky Shadow war's Langweil Nee, Vicky Er wollte mich doch Ach, Shadow Diese alle eskalieren hier Er wird nur ein Traitor-Fahrer Hast du noch nicht umgestellt? Joach, ich hab's umgestellt Ich muss ja mit Chomix Traitor hören Oder? Ich mach's einfach so Ja Bestes Traitor-Team ever Auf jeden Fall Chomix, wir müssen das ansagen Chomix, jetzt reiß mal Ich töte den Meine liebe Zuschauer, heißt ihr Die Map kennen solltet Wenn ihr der gute Heide traut Und Currywurst mal gespielt haben Und der Sarata Wo die da mit diesen Fahrzeugen da in dieser Wüste fahren konnten Das wär geil, die würd ich gern mal spielen, oder? Habt ihr ihn je gesehen? Das ist dieser Skaterpark aus Lego-Insel Alter, das sind die ganzen Gebäude aus Lego-Insel Alter, das sind die ganzen Gebäude aus Lego-Insel Alter, das sind die ganzen Gebäude aus Lego-Insel Alter, wie geil, ey Da werden die Lego-Insel gemacht Da kennt sich einer aus Ey, da... Ich hab das als Grund Ich hab das voll gesuchtet Ich hab das voll gesuchtet Ich weiß nicht Ey, ich hab's nicht Ey, schieß doch nicht Ich hab nicht auf dich geschossen Ich hab nicht mal ne Sniper Ey, komm mal zur Pizzeria Natürlich, du warst es Schickiest Traitor Ich hab nicht auf dich geschossen Ich hab... Ja... Ey, man kann Musik machen hier Wie geil Was? Du schießt auf mich Kriegst Angst Ja, natürlich, ich bin los Ich schießt Komm, laufen wir mal kurz mit Fanchen hier Ich hab nicht geschossen Ah ja Null Das ist auch die Musik aus dir Alter Was? Du hast auf mich geschossen Ich hab nicht geschossen Möchte jemand eine Pizza? Möchte jemand eine Pizza? Hier, Pizza? Nee Komm, ihr euch Die Schlitte Die Schlitte Ich hab nicht geschossen Ich hab dich gemessert Waren jetzt zwei Traitor Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Ja, ich war's aber nicht Du weißt, ich hab dich gemessert Alter Alter Alter, was? Du schießt auf dich Das war gar nicht... Mann Ich dachte, das klappt nicht Ich glaube, dass ihr euch alle gegenseitig wieder tötet Alter, dreht er sich hoch Gibt mir einfach eine Mist Oh, geil Das eine Ding ist Das Infocenter Wie geil Boah, ich krieg hier gerade voll Ey, weißt du? Weißt du? Weißt du? Voll geil Ah, da kriegst du doch steif in Nippel, oder? Das geil wäre, wenn man mit den Autos wieder rumfahren könnte Ey, das wär cool Ich bin mit der Rakete wegfliegen Ja, das waren ja die, die Dennis und so gezockt haben Aber... Ja, wie gesagt... Ich weiß nicht, wie die heißt Die hatten eine Map, da konnten sie mit Fahrzeugen fahren Das wär cool Aber da waren auch voll viele Argo NPCs dabei Falls jemand weiß, wie die Map heißt, können wir ja gerne mal in die Kommentare posten Das wär cool Dann wird man die mal runterladen und zoffen Diese Wüstenheit war das, ne? Ja Ich bin schon wieder Indo Ey, ehrlich? Chromex ist es Doch, ich dieses Mal aber auch Das hat die Argo nie gesagt Komm, komm, komm Jawohl Pizza Alter, Alter, der kommt wieder Pizza Alter, geh weg Der ist eine Pizza, der ist Trailer Das hat eben auch geklappt Geh weg Ist die Pizza, ist die Pizza Nein, ich will nicht Nein, geh weg Boah ich Okay, Farah ist Trater Der ist dahinten Der ist da-hinten Hier ist irgendwo Farah Okay, da ist Farah dann näher Gumi war Inno Genau, ich beweist euch jetzt einfach, dass ich Inno bin. Geh weg da. Ich bin auch Inno. Ah, ich werde zuvor. Läuft. Oh mein Gott. Der wurde gesniped. Der wurde gesniped. Diggi? Der wurde vom Messer angelegt. Der wurde... Warum kannst du ihn nehmen? Nein! Hä? Wissig! Okay, sorry. Ich hab grad nicht durchgeblickt. Jetzt hab ich den Scheiß. Der wurde gesniped. Hä? Doch. Der warst es doch. Du hast Shadow gekillt und dann hab ich dich weggerotzt. Ach, Pareil. Weißen? So, der Trailer? Alter! Alter! Nein! Wie kannst du mit einer Shotgun von so einer Entfernung schießen? Shadow ey, warum musst du so nachgucken, wenn der getötet wurde? Mach ich immer. Das wär so geil gewesen. Ich hör keinen Schuss, Alter. Und der kippt um. Wie gerne vom Bein hat mir das abgekauft. Ey, was bist du für ein Leichenschänder? Sag mal. Was haust du nur dich gegen renn? Ja, warum musst du es genießen? Hier. Willst du was fahren? Steck ihn ins Auto. Steck ihn ins Auto. Steck ihn ins Auto. Witz ist ja was. Kannst du mal mal helfen können, weil ich die alle umgenietet hab? Nee. Nicht verdient. Nicht verdient. Ich will mit Comics Traitor werden. Das klappt besser, ne? Da warten jetzt die ganzen Folgen drauf. Das ist hier bei der Traitor werden, ja? Da macht das jetzt auch Spaß hier. Mit der Zeit, ja. Ja, ich töte da drei Leute und du bist einfach irgendwo anders. Vor allem, weil ich wollte mir da schön, äh... Aaaaaaaaaaaaaaahhhh! Shadow, geh mir nicht mit der Pizza auf und... Ich mach dich weg. Mach dich weg! Mach dich weg! Alter Tiki! Tiki! Mach dich weg! Papa! 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 Ich hab auf ihn geschossen, ich hab auf ihn gewählt. Oh mein Gott. Ich wollte dir doch nur ne kostenlose Kutter andrehen. Mhmm. Papa war Traitor. Okay. Alter, ich bin schon wieder in soen... Boah, ich gar nicht. Trrr… Pressefahrer, du bist auch tot! Was ist das denn hier? Ey, was ist das denn hier ist wer? Ey, was ist das denn hier ist wer? Ja, du? Moment, Moment. Hier wurde mit ner Pistol. Ich hab ne Shotgun. Ich bin's nicht. Ja, du hast aber vielleicht ne Zweitwaffe? Ja, ne Diegel. Du hast grad ne Pistol. Pistol hab ich nicht. Moment, ich hab... Moment. Moment, Moment. Oh mein Gott. War doch ne Diegel. Ich glaub ich muss dich jetzt killen. Du warst... Nein, Achtung! Schick! 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 Ich hab nicht... Du bist gesniped, ich weiß nicht. Ja, von hier. Aber ich glaub trotzdem, dass du das bist. Aber ich hab keinen eindeutigen Beweis. Können auch andere Diegel haben. Nein, das bist du. Ne, das ist der Schick. Was bin ich? Traitor. Nee, ich bin nicht Traitor. Nein. Nee, kann nicht sein. Okay, das war grad ziemlich schlecht. Wer hat ne Comics jetzt getötet? Ist das dein Ernst? Nein! Nein? Das ist nicht sein Ernst. Das gehört. Oh! Geben die. Ja, ja. Oh Gott! Bin doch schon gar nicht mehr da. Ich hab nen Teleporter. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Erstmal hier ein paar Punkte abholen. Ja, ich bin hinter dir. Genau. Confirm an die Leiche. Dann weißt du ja gar nicht wo du bist. Oh du. Oh du. Brennst. Geh dich los, hier ist der Feuerwehr. Hier ist der Feuerwehr. Komm raus. Hallo. Ist reingeschlafen. Du brauchst dich schießen. Das hört sich nochmal an. Das ist kein Problem. Ey, das ist so. Ja, warum war das? Tiki. Warum waren wir ein schönes Wider-Trader? Weil wir einfach gut sind. Ja, das war's für ne Waffe. Jetzt auf einmal. Lerger. Das ist diese kleine Patrone im Trader-Shop. Ja, wir kannst dich nicht aufzünden. Ey, ohne Witz jetzt, man. Du wirst so ein Penner. Wie viel Muni hätten die? Und weißt du, Paare auch schon wieder. Weißt du? Ey, ey. Ey. Gerade zwei Sekunden und er niedert mich direkt um. Vor allem, wir waren beide gerade zweimal hintereinander. Beide die gleichen Traitor. Wenn du vor mir läufst, kann ich doch nichts dafür. Ja, du musst auch nicht immer jeden direkt umbringen. Schade, dass das kein Defi-Projekt ist. Dann hätte ich Para wiederbelebt. Aber das ist ja Kacke. Ja, lad den mal runter. Ja, lad den mal runter. Dann geschnitzt den Wurst. Ja. Da sind auch keine Veganer hier auf dem Server. Ja, komm. Aber du kannst eigentlich schon wieder später sein. Ja, drei Meter, dann wäre echt unrealistisch. Aber wenn zwei Leute die ganze Zeit geschälter werden, ist auch irgendwie komisch. Fall zweimal hintereinander, jetzt übertreibst du mal. Ja, okay, guck mal. Ey, 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 ich will auch in die Augen. Bader mir eine Kugel. Komm. Bist du? Nein, Bader dir keine Kugel in die Kugel. Okay, dann laufe ich mit dir. Ich schenke jetzt einfach. Pizzle, 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 Pizzle. Pizzle, Pizzle, Pizzle. Pizzle, Pizzle, Pizzle. Geh weg. Du musst jetzt Pizzle nehmen. Du bist hierhergekommen, du musst Pizzle nehmen. Die Gummimbrust verfolgt mich nicht in die Zeit. Hallo. Ich gar nicht. Woah. Geh weg. Du willst Pizzle. Du kannst Pizzle da nehmen. Boah, ich will keine Pizzle, man. Komm, ey, ey. Ich glaub immer, dass du es bist. Der Dax war voll belästigt mit der Pizza her. Komm, geh zum Traitor-Tester. Schau mal auf, euch mal zum Testen. Das ist doch langweilig. Geht zum Traitor-Tester. Ey, warum campt ihr die ganze Zeit da oben? Wir campen nicht, wir machen Liebe. Tut mir leid, ich komm hier nicht rein, ich hab ne Pizza und hier darf man keine Pizza reinnehmen. Hara, was ist los? Hier, guck mal auf das Schild von dem Traitor-Tester, ich darf keine Pizza mitnehmen. Mit irgendeinem Radio platziert, glaube ich. Alter, die Muck ist doch Hammer. Ja, da, da, weiter komm ich nur rum. Ich will wieder eine Phase 1 und Lego-Insel 1 und 2 haben. Du hast das Smoke geworfen. Ja. Ich will mich zwar testen, aber ich mache nicht. Oder gleich ne Pizza, dann habe ich hier nicht rein. Der Traitor muss man langsam was machen, das ist langweilig. Oh, auf mich wird geschossen. Hey, warum schießt du auch? Ich schlitzte, was ist doch krass. Hä, schlitzte, was ist doch krass. Ich war's nicht, ich triff nicht, beruhig dich. Shadow, ich bin's nicht. Schnitzel Wars war Traitor. Okay, dann ist das einer von euch. Das war zu auffällig. So, wer war's jetzt schon wieder? Gummiburst und Schnitzel. Ich hab mich gesagt haben. Gummiburst und Schnitzel, Gummiburst und Schnitzel. Was hat wohl nur noch Schnitzel? Das waren die beiden Würste. Ja, Schnitzel habe ich gesehen, aber Gummi war anscheinend direkt daneben. Ja, der stand direkt daneben. Ein Gummischnitzel. Ich hab mich schon gewundert, warum Gummi nicht auf Schnitzel tut. Du Schnitzel wollte mich mit der Pistole töten. Ne, das war eine Silenced Pistole. Achso, die macht doch auch schade. Und ich hab nicht die ganze Zeit mit der Pizza mehr, ja. Du hast mich gekettet. Habe ich dir nicht auch noch einen mitgegeben, ja, ne? Jetzt soll ich die Pizza haben. Neul, hier gibt's sogar... Was soll das ein Pett darstellen? Ne. So, ich mach die Mucke erstmal wieder an. Und geh wieder hinter meinen Tresen. Oh, das ist meine Pizza. Meine Pizza, meine Pizza. Ich hab meine Pizza. Komm, ex, pack die Pizza weg. Lecker. Ja, schau, ich hab auch Pizza für dich. Pizza für alle. Pizzas, Pizzas. Pizzas, Pizzas, Pizzas. Pizzas, Pizzas. Geh dir hier mit der Pizza. Oh, du bist ja, du bist ja, du bist ja, du bist ja. Ich will Pizza, 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 Pizzas. Du kannst nicht mal, das kann nur sein, dass er trägt. Vorsicht Leute. er wurde aber nicht sein dass mich das dritte war gefüllte gar nicht ich hab dich doch getötet es ist die letzte runde ja das ist die letzte umwelt gibt es sogar selbst zu ja ich war Twitter so ich mal lag in meiner Natur jetzt nicht aber in lag in meiner Natur irgendwie glaub ich nicht dass du in O-Biz ich glaub ich bin nicht jetzt habe ich keine Kupfer siehst du weil ich glaube schicke hier schießt mich trotzdem welche ja ich mach dich weg auch wenn ich eh nur will ok shadow will sterben nein 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 ich will nicht sterben shiki's böse shiki's immer weiter dann hau ab also ich hab chromex verstanden ich weiß nämlich von wem chromex ist traitor ich glaube ich hab chromex verstanden so die gummi musst du nicht wir sind schon mal innocent gummi muss ich nicht bist du sicher gummi war slack du bist so chromex war traitor sag ich doch noch richtig gehört das heißt para ist proben gummi sagst du para ist proben shadow hat ne sniper töte shadow jawoll scheiße ne der gegegnet war schon auf ihm drauf so schnitzelwurst dein dein paar lichter ich wollte ich mit einer Zeit ums bisschen umsingen ähm ja das war alles auf 63 rubble in terrorist town ja tschau schnitzelwurst schnitzelwurst abonniere mich schnitzelwurst schnitzelwurst